Ich bin Andreas Martin, Hochzeitsfotograf aus Stuttgart und ich zeige euch heute einige der schönsten Locations zum Heiraten. Sie betreuen die ganze Kette sozusagen und damit auch ein weiteres Hotel. Richtig. Worüber sprechen wir jetzt? Jetzt sprechen wir über das Steigenberger Graf Zeppelin in Stuttgart. Und für wie viele Gäste haben Sie da Platz? Da würden wir in parlamentarischer Bestuhlung um die 180 Personen unterkriegen. Sie richten in Ihrer Location Hochzeiten aus. Worauf können sich da die Brautpaare freuen? Also einen wunderschönen Rahmen. Die Tagungsräume, die passend zu so einem feierlichen Anlass sind. Und natürlich der perfekte Service, den man bei so einem hochwertigen Haus einfach erwarten kann.